Hallo allerseits, willkommen zu Part 68 vom Final Fantasy VII Rebirth Let's Play. Okidoki, abgesehen von Corell, vielen Dank ich nur noch etwas in Junon und den Grasslandern. Da wo wir zum ersten Mal ja das Dings begonnen haben, das Abenteuer. Okay, dann schauen wir mal was uns in Junon erwartet. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil wir müssen ja noch so einige Minispiele ja noch freischalten. Boah, hier war ich auch schon länger nicht mehr. Brittle Houses. Ist in Brasilia nur Öl, Gold, Wind? Nehmt ihr was, was zu deliverieren? Ne. Offen. Ok. Priscilla's Auftrag. Oh, das ist ja relativ kurz. Oh, ist das vielleicht dieses Delfin-Mini-Spiel? Oh, ok, ok. Bis jetzt war es ja immer so, wenn ein Auftrag oder eine Nebenquest Stufe offen hat, dann ist das in der Regel kein Kampf. So, ist da wirklich noch eine andere Krieg? Oh, ok. Hey, Herr. Hey, Yuffie. Hm? Ihr seht so krass. Hat jemand sterben? Die Brunnen sagen, dass es eine Krieg gibt. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und weil wir gerade unter Junon sind, alle sind Angst, dass wir uns erst einmal getroffen sind. Das wäre toll, aber... Was müssen wir machen? Hmm... Ich habe es! Unsere Lieblings-Doulson und dieser Mann werden die größere Show auf den ganzen Sprechstuhl! Wer ist bereit für eine gute Zeit? Ja! Ja! Du wirst das gut machen! Ja, anschauen wir mal. Aber ich denke, das wird, glaube ich, schon wichtig sein. Mal schauen, ob ich über Minimaxing das hier gleich direkt auf Anheben machen kann. Ich bin so nicht, denke ich, aber mal sehen, mal sehen. Die Hoffnungstück zuletzt. Oh, Mist. Das sind, glaube ich, knapp, jetzt was wird. Das war knapp. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. First try. Nice. Ja, Gang S. Sehr schön. Sehr schön. Das war unglaublich. Wir haben Schinra und Sephiroth was zu kommen. Und dann ist es glücklich, nachher. Vielleicht. We hope you enjoy the show, but even if you didn't, you still gotta pay. That'll be one orb apiece, kiddos. Pony up! What? But I don't have any! What a rip-off! Hey! Hey! You can't wait without paying! Pink's a bunch, mister! You better come back and put on another show sometime, okay? Sure. Okay, nice. Und sie hat jetzt auch maximale Affinität. Okay, okay. Naja, auch Träger. Gibt es noch eine Profi-Version davon? Nee? Nee? Gibt es nicht. Okay. Also Profi im Sinne von schwer. Dann ist man vielleicht. Wenn es eine Quest im New Game Plus gibt, Schwesti, dann machen wir die. Aber davor... We've got Places to be. Ja, dann schauen wir mal. Was... Was gibt's jetzt denn, Juno? Stufe 45. Oh nö. Ungetümer... Ungetümer aus der Tiefe. Dieses Ding. Äh... Welches Level sind wir? Fast 47. Hm. Okay. Fünf. Okay. Neh, wird das als Basis? Ja, wir sind nicht geheilt, aber... Naja. Können wir ja immer noch hier später nachholen. So ist nicht. Wenn ich überhaupt... Auf der richtigen Fahrt ist, ich frage... Ach da, der ist halt. Oh Mann. Komm, wenn Sie schon helfen. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, Heilbogen zu benutzen. Bei dem Level. Gut, beim nächsten Mal. Oh, wow, es ist wirklich Sie! Seventh Infantrie, richtig? Es ist gut zu sehen, Captain. Du bist hier für unterstützt? Something wie das. Sit-Ref? Sir, wir haben uns zu enthalten einen gefährlichen Fiend in der Zeitung vor. Aber der Fiend verabschiede war mehr vermütbar als erwähnt. Also, wir haben uns erwähnt die Reinforzungen. Und wir haben uns eine Überraschung, wenn du hier bist. Der Target scheint zu haben, aber es gibt keine Ahnung, wann er wird wieder neu sein. Jetzt ist der perfekte Zeit, um das Ding rauszuholen. Ich glaube, wir sollten ihm eine Hand geben, oder? Alles klar, Kapitän, folgt uns! Versteilung Das ist die Möglichkeit, die Kugel zu verraten. Ich habe deine Nummer. Ich habe deine Nummer. Halt Mensch, Halt Bestie, oje, oje, oje. Du bist bereit? Du bist bereit? Ich zeige dir, was ich kann. Oh, wukiduki. Den habe ich nicht erwartet. Du hast ihn gefragt. Es ist dein Geil. Lass mich ihn anhalten. Halt! 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 Ich komme! Ich glaube, wir sind fast fertig. Halt! Scheiße! Halt! Hast du mitgegeben? Das ist gut! Halt! 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 Nimm jetzt! Ich lasse es dir! Das war überraschend einfach, fürs Erste. Ja. Das ist der Plan. Und oh, Kameras ist wieder voll. Naja, egal. Dann halt ohne Facecam. Der Hasenbau ist mal nicht so wichtig. Oh, was ist da vorne? Ah, ich sehe ihn schon. Ist das ein Montesaurus? Ein Sue? Oh, 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 oh. Natürlich wurde er das. Und es ist... Es sind... So, mal sehen. Beide Wind. Okay. Dann machen wir mal die windige Verkettung. Oh, ich sehe ihn. Oh, nee. Das ist ja so passiert. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, Ende mit Schrecken. Aber ja auch, ja, ich nehm dich. Mist. Ah, der Wengel. Hm. Okay, tiefer Solo-Kampf. Uiuiui. Okay, bevor wir hier weitermachen. Gerade noch schnell kurz heilen. Hm, hm. Da haben wir jetzt viel zu viel damit schon getragen. In dem Zuge könnten wir eigentlich auch schnell unser Folio hier überprüfen, hätte ich gesagt. Wer wir schon hier sind, das würde sich ganz gut anbieten. Ja, 30 Points. Ist auch eine jede Menge. Hm. Okay, ja. Das würde ich 20. Das würde dann warten müssen. Oh, tiefer könnte ich den Best-Cast-Meteroschlag kriegen. Könnte. Okay. Hm. Okay, ein bisschen fehlt. Aber das Fundament ist schon mal gesetzt. Schon mal gut. Ja, das machen wir auch. Okay. 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 Auch hier wieder. Hm. Blöd-Besuka. Ja. Ist ein Risk-Reward-Ding. Okay. Hier braucht es noch ein bisschen mehr. Na gut. Dann. Hm. 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 Okay. Hier braucht es noch ein bisschen mehr. Oh. Unser erster. Unser erster ist Stufe-3-Limit. Jawohl. Mhm. Brauchen wir auch. Okay. Dürfte passen fürs Erste. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Kollegen hier. Nach dem Hellenreiter. Okay. Okay. Das war's für heute. Stufel 22 Weltbericht. Ja, krass wie sehr wir seitdem aufgestiegen sind. Vom Level her. Das ist ein relativ offenes Areal, da oben. Ja, komm. Hm, ein bisschen verloren, aber na gut, sei es drum. Das ist ein relativ offenes Areal. Das ist ein relativ offenes Areal. All righty. So much home. Hier geht's. Einmal noch. Du wirst sehen. Wir hätten da wahrscheinlich nichts wirklich machen können, ne? Solange er dieses Ding hier aktiv hat. Du wirst sehen. Du wirst sehen. Du wirst sehen. Das ist mein Eier. Ey, 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 ey. Kannst du sie hinbekommen? Du wirst sie hinbekommen? Du wirst sie hinbekommen. Du bist auf. Du bist auf. Du wirst sie hinbekommen. Du wirst sie hinbekommen. Du wirst sie hinbekommen. D organizations sind nicht nur noch. Du wirst sie hinbekommen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sieht schon sehr viel besser aus. Ja, sehr viel besser. Harte Schande. Das war's. 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 Vielen Dank. 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 Eigentlich alles, aber machen wir das. Vielen Dank. Okay, ja, da gehen wir gleich einmal vorbei oder gehen gleich rüber, aber erst mal schauen, was bei Chadley abgeht. Also wie ich das gesehen habe, habe ich, glaube ich, bei Ihnen auch Material noch nicht fertig gekauft. Hm? Sehr schön. Gut, das ist Corel, das kann erst mal warten. Das können wir uns noch holen. Meteorit. Und das, ja, wie gesagt, erst mal... Erst mal das World Relic, äh, World Relic, das World Intel fertig machen von Corel, dann können wir uns den Rest hier aufkaufen. So, das haben wir mal. Ach, das geht ja schnell, okay. Das ist dann wahrscheinlich oberhalb, ne? Dann machen wir es am besten einmal so. Okidoki. Welfe. No, welfe. Ach, das ist es. Ach, das ist der Fall. Und dann geht's Ja, genau Rylos? Rylos? Who's boss? And as your boss, I'll keep that in mind during your performance evaluation. Huh? Oh, yeah! Look who it is! That's buttlunches! What did you say? You ran out of mid-car so fast, we didn't get to say goodbye. Heard you went straight and started a business. So me and the boys thought we ought to pay you a visit. Celebrate this exciting new venture of yours. It'll be a party. Well, I ain't that thoughtful. Okay, let's do it. Hey, you! Rookie! Get the party started! Yeah, started! I love parties! Hey! Wait just a damn minute! Get ready! Cause you're finally gonna get what's coming to you! I don't even know who the hell you are! Cool! adiunless tootit! You're so good! Oh, great! This is a very nice area, you! I love you! Less than a card! So he's gonna kill me! Let's get to a club. Let's go to the club. You're so good. I really like that, but you're so good. I'm so good. Okay. Fein, Analysen, Moment. Ja, okay, macht Sinn. Das heißt Plasma-Entladung. Aber erst mal sich heilen. Ja, okay. Ja, okay. Oh, gut. Wurde haben es aber auch nicht mehr. Oh, Mann. Skellischu. Massive Skellischu. Die sind nicht mehr. Oh, Mann. 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 Ha, 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 ha! Das ist das, was du kriegst für denken, dass du mit dem Weg gehst mit einem großen Geschäfts-Business zu gehen. Du hast nichts als ein Schuss. Huh? Was sagst du mir? Wir sollten uns Rebels sein. Die Leute haben nichts zu tun mit uns gemacht. Sie haben uns auf die Kürze geflogen. Und das ist genau das, was uns freiwillig ist. Aber du, du hast dein Weg verloren, nach Blondin zu schrauben. Du hast deine Kürze geflogen. Wir werden die Kürze geflogen. Wir werden die Kürze geflogen. Wir werden die Kürze geflogen. Und wir leben, um zu finden einen anderen Tag zu finden. Business? Mehr als Bullshit! Jetzt hast du einfach fallen in line. Du bist nicht die Kürze. Du bist die Kürze. Du bist die Kürze. Ich will nicht die Kürze. Das ist keine Kürze. Das ist kein Kürze. Ein Gericht von der soziale Gesellschaft. Ich habe fast verloren. Schwierer Barsch. Wissen Sie, Leute. Faktivend, das Geschäftsbücher CO2 ist geöffnet. Und in ihrem Platz, ich werde mit'denken, Fplatze Fikers. Ein Band von Vat الاßnahmen, dafür colour die Öوجinne. Letzter. Ja, Leute. Ja, Leute. Ja, Leute. Er axeln, Leute? Und wir kommen die Kürze. Du hast ihn, Boss! 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 Ein helles Leben, Devin. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz. Schade. Dann würde ich sagen... Ja, machen wir mal am besten noch die Protosubstanz. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Und dann, ja... Geht's auch schon weiter. Beziehungsweise, können wir das überhaupt weitermachen? Ist die Frage. Oder müssen wir noch ein bisschen in der Story voranschreiten? Hm, ich glaube, wir müssen erst in der Story voranschreiten. Was haben wir hier bei Nord Corell? Hm. Bisschen im Bunker, okay. Mhm. Okay. Das können wir doch machen. Ui. Ausführlich. Aber okay, machen wir. Ich würde sagen, machen wir die Quest noch. Und dann können wir schon den Punt melden. Damit wir auch dann den... Die Story hier wieder mit Facecam machen können. Machen wir Brot. Weil wir mehr essen, als nur die Läden. Ah, der ist ja da unten. Stimmt. Okay, okay. Wir müssen ja erstmal hier außen rumlaufen. Stimmt, stimmt. Ah, ha, 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 Leslie. Hey. Hey. Remember mich? Du bist der Typ von Korneos. Leslie. Was machst du da draußen? Du siehst, wie du durch die Hälfte bist. Got wind, meine Frau könnte hier sein. Ich musste folgen. Mal sehen, ob es da ist. Well, du siehst. Nachdem die Hälfte zerbaut, die Trio eröffelte den Ort für die Flüchtlinge. Die Stadt verbreitete in der Größe. Mann, wenn du es gedacht hast, dass es so lecker ist. Unfortunately, als Korneos holt die Hälfte, haben wir alle das Schindler mit ihm genommen. Ich werde es nicht schwarzen. Die Tage des Wall Markets sind gesammelt. Frau M. ist versucht, ihre magie zu arbeiten, aber ich weiß nicht. Hm. Hm. Sektor 7 ist noch eine Verbreitung. Wahrscheinlich wird es so bleiben. Der Expressway zerbaut, gleich nach dem Platz. Dann, aus dem Blüten, die Firma entscheidet, es braucht einen neuen Präsidenten. Es scheint ziemlich klar, dass Shinra nicht so lecker über Sektor 7. Undercity, besonders. Aber das sollte nicht sein, als eine Überraschung. Die Leute haben sich umgekehrt, durch die Hälfte, zu helfen, zu verabschieden, zu verabschieden. Sehr gut. Wenn ich dir nicht erzähle, ihr Name ist Merle. Nachdem ihr alle verlassenen Wall Markets, habe ich angefangen, zu fragen. Ich hoffe, dass einer ihrer Freunde vielleicht etwas wissen. Ich sollte es nicht beurteilen. Selbst wenn sie eine Info haben, sie sind nicht dumm. Sie können nicht blabberen zu einem alten Korneos-Kröme. Aber ich konnte herausfinden, dass sie nicht mehr in Midgar sind. Und seitdem, bin ich von der Stadt nach der Stadt nach der Stadt schausten. Also, die Sache ist, Gus ist eine spezielle competition. Und eine Frau ist die gewünschte. Hmm. Worte um die Schmerzen, als sie hier aus Midgar Es ist nur ein Wunsch. Aber ich denke, sie könnte sein, die ich für. Sie ist ein Wunsch? Das ist verrückt. Gus ist ein wirkliches Schmerzen. Um es zu sagen, es zu sagen. Du machst das? Die Monster sind. Gus ist eine Party, aber es ist eine Beobachtung, zu sehen, vieles. Er schützt die Menschen gegen Fienden. Und seine Geld ist auf der anderen. Ich verletze. So, das ist wo ihr in. Wir sind die Party, gewinnen, und freien die Frau. Es ist noch ein Wunsch, nicht wahr? Kein Grund, nicht wahr. Verrückt. Bitte. Wir machen es. Also, wir brauchen ein Team von fünf, und wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie nicht. Im Ring, aber... Es ist ein-on-one. Und Menschen nur, ich habe Angst. Ich bin auf dich, und so ist die Frau. Wenn jemand Gus in sein Platz bringen kann, dann ist Wal-Mark die reingenden Chance. und so ist die Frau. Ah, du bist jetzt in und so. Du bist hier, um die Party zu sein? Ja! Stimmt, das muss ich ja noch machen. Da war ja was. Ja, das mache ich noch schnell. Mit Claude. Jean Claude. Ja, ich weiß, bin ich lustig. Gut, dass ich jetzt, dass ich das Wunschwert hier wieder habe. Dann dürfte jetzt Type Zero oder Stunde Null, wie auch immer er jetzt heißt, ziemlich schnell ins Gras beißen. Nun. Fokus. Zeit ist vor. Es ist vor. Okay. Getrekt. He he he. Was ein Unterschied. Echt. Alles fertig. Wir sind hier, wenn du eine Handkrieg für Blut hast. Sind wir hier, um die Party zu sein? Und gegen Gast Champion antreten, Gustavo, Gustavo Fring, 45, Zuckermäuschen, Preise, oh Mann, okay, Juffi, okay. Bruh. Bruh. Bring it on, jerks! Versus, my personal pick of the fiercest, most ferocious fiends you have ever seen! Hmm. Hmm. This is it, folks. You're about to witness a brutal bloodbath of untold proportion. Let the shit hit the bam! Okay. Auf geht's. Na dann. Dann erstmal Frost Ninjutsu. No! No! Sollte. Dann komm, wir mit ihm zusammen zusammen. Sollte. Dann komm, wir haben hier zusammen, wenn du siehst! Ich werde jetzt das nicht ganz optimal. Das ist gar nicht optimal, dass ich kein Angriffmaterial habe. Das ist gar nicht optimal. Mal. Oh nö, sie hat jetzt nicht... Sie hat nicht die Hallung gemacht wegen Gravitas. Bruh. Oh man. Äh, belastend. Das geht besser. Komm schon, nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Komm on, komm on. Ja komm. Ja. Pfff, meine Fresse. Das war knapp. Ich werde gar nicht darauf vorbereitet. Materiatechnisch und Co. Naja, wir haben es geschafft. Yay. Das zählt. Ich glaube, mit Cloud und Co. werde ich da besser hier geöstet sein. Oder hier als mit Aerith. Sehr viel besser. Alrighty. Bomber. Hm. Ich glaube, das ist ein Teil der Materie. Eie, eie. Oh, meine Fresse. Ich fühle mich so? Du bist okay? Das ist mein Eier. Mein Fresse. Uff. Na, das fing schon mal toll an. Was ist denn die Erstschlagmaterie, ne? Ja, das war, glaube ich, ganz gut. Naja, ich versuch's erstmal so. Vielleicht klappt's ja irgendwann. Ja, wenn die das richtig hier anstellen, dann können die mich im Standlock halten. Das ist halt belastend. Uiuiui. Ich fühle mich ziemlich weib. Ich fühle mich ziemlich weib. Ich fühle mich ziemlich weib. Ich überlege, dass man dann da einen PR-Perfectblock macht. Ach, das ist schon der. Auf der links. Oh, oh, oh! Aua. Ich muss tief in die Nähe. Ich muss tief in die Nähe. Geh, geh, geh. Lumi, geh. Oh, endlich. Weg mit dir. Ich hab' dir zu sehr gestruggelt. Echt viel zu sehr. Hm. Hm. Geh, dann. Das Problem ist eben, dass Aerith hier so gut wie gar nicht ausweichen kann. Das ist halt echt ein harter Struggle. Man ist echt hier gezwungen, Perfectblocks zu machen. Ach du Schande. Ich weiß nicht, wie man das sonst anders machen soll. Außer vielleicht noch mit der Erstschlagmaterie. Und dann erstmal hier magnifiziertes Eissammel hier zu benutzen. Oder vielleicht gleich direkt magnifiziertes Eisgar mit ATB-Boost und Co. Hm. Naja. Mal schauen, wie es mit Barrels laufen wird. Der ist ja immerhin tanky. Ja, wird schon schiefgehen, ne? Wird schon schiefgehen. Sonst sind jetzt. Ich hab' keine Magie. Ja, gibt's. Ich hab' keine Magie. Ja, gibt's. Ja. 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 Ja, das ist ja sehr viel einfacher. Okay. Das ist sehr viel einfacher. Was ein Kontrast zu Aeriths Battle. Ach, die Schande. Okay. Aber nehm ich, I'll take it. Tifa oder Cloud, wer kommt jetzt? Tifa, okay. Na dann, Auslöscher. Okay. 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 Okay, ich kann vorstehen. Was ist das? Geh! 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 Oder gleich einfach in dem Fall. Wie wird jetzt Cloud sein? Geh! 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 Okay, dann! Ja, dann schon, ja, leider. Ups, alle. Wind, okay. Hmm, mm-hmm. Okay. Okay. Ui. Ja, mal kein Wind. Oh, ich hab dich gebrannt. Pick. Okay, was mein Pick? Oh, ich hab dich gebrannt. Try this. Let's finish this. Here we go. Boah, ist mein Kreuz. Moment, ich hab doch Ero. Ich hab sogar Eroka. Ja, schlechtes Timing gewesen. Okay, aber ist machbar, ist machbar. So, wie viel macht ihr, Eroka? Genug. Uiuiui. Ja. Wow, mein Kreuz, mein Mann. Way to give the people a show. Gotta say, never thought my little baby'd get so thoroughly crushed. Dammit! Do you have any idea how much kill I spent on that thing? You ain't considerate, son of a bitch! It's done. It's all good. Gotta look to the future. Our future. What do you say? We'd make one hell of a team. And clean up with the fights and the races. Come on, where do you wanna? No. Ha ha! Don't do me like that! I'll throw in some perks on top. That should sweeten the deal, right? Where's the girl? Oh, so you really were after our little prize. You, sir, are you? Turn your dog. Well, you're welcome to work. You earned it. Just as a little show of good faith. Go on. Don't be shy. And then, maybe think over that deal. Pretty please. Hey. What? Hello. Where did you come from, beautiful? You looking to get in good with the Gus, man? Get the act. Don't ever pull this crap in. You offer any more people as prizes, they'll have to scrape you off my shoe. Got it? Yes, ma'am. Nice. Okay, wer ist das Zuckermäuschen? Also außer tiefer. So, how did the reunion go? Different girl. What? Hmm. Was just a random tourist from Midgar. Ah. Fell for a scam at the saucer and ended up down here. I sent her back up. Make sure she's safe. Oh. Oh. I'm sorry. I'm sorry. Don't be. I'll find her eventually. Hmm? I'm sure of it. Anyway, what's next for you and the others? We're looking for something, too. Need to find it ASAP. Hmm. Funny. Always the same story with us. Hmm. Good luck to you. Thanks. And you. Welcome to society's trash heap. Hmm. Okay. Stimmt, er ist ja oberhalb. Ja. Und die andere Quest ist ja bezüglich dem Chocobo Ren, dem Gold Cup. Mal schauen. Gibt's da unten noch weitere Kämpfe oder war das fürs Erste alles? Wenn's alle war, dann kein Problem. Dann können wir hier den Part wenden. Dann können wir dann in der nächsten Aufnahme wieder mit Facecamen am Start sein. Hmm. Nope. Gibt wohl nix Neues. Ja, Kollege, du hast keine weiteren Kämpfe, also habe ich hier nix verloren. Spricht mich noch mal an, sobald du weitere Kämpfe hast. Alrighty. So, mal schauen. Abgesehen davon haben wir, glaube ich, sonst nichts, ne? Ja, sieht so aus. Der Rest ist soweit gemacht. Mhm. Okidoki. Ok, dann würde ich sagen, dann werden wir den Part an der Stelle hier. Dann werden wir im nächsten Part wieder mit Facecamen hier wieder am Start sein. Für die gesamte Aufnahme. Und mal schauen, was wir storytechnisch so alles erleben werden. Seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin. See you. Bis zum nächsten Mal.